In diesem kleinen Tutorial möchte ich dir jetzt zeigen, wie man ganz einfach zwei Kameraspuren miteinander synchronisieren kann ohne großen Aufwand. Wie du jetzt siehst, habe ich hier zwei Spuren. Ich nehme hier die erste einfach mal raus und das einzige, was ich gemacht habe, ist in die Hände zu klatschen. Und jetzt hört man natürlich auch das Klatschen, wenn die Tonspur mit dabei ist, aber man sieht es eben auch. Das heißt, hier muss ich jetzt nur schauen, wo ist der, wo kommen die Hände genau zusammen und ich klicke jetzt hier frameweise nach vorne. Das ist genau diese Stelle. So, jetzt nehme ich diese Spur hier, schiebe sie einmal hier hin und bin jetzt genau an dem Punkt angelangt, wo die Hände zusammenkommen. Und jetzt nehme ich mir die zweite Kameraspur vor, das ist diese hier und mache mit der genau das gleiche. Das ist jetzt eine leicht geänderte Perspektive. Da gehe ich dann einmal drauf, gucke, okay, wo kommt die Klappe? Da war sie gerade. Da, das kann man auch mit einer professionellen Filmklappe machen, da kann man noch Informationen darauf schreiben. Und die wird ja dann in dem Kurs nochmal gezeigt. Und hier sehen wir auch wieder genau den Punkt, wo die Hände zusammenkommen. Jetzt schiebe ich diese Spur bis hier dran, das heißt, die beginnt mit dem Klatschen. Und nun muss ich hier nur die Lücke schließen, das mache ich jetzt hier an der Stelle auch. Und jetzt habe ich beide Spuren übereinander. Diese beiden Spuren füge ich in einen sogenannten Masterclip dann ein. Und hier kann ich jetzt, zumindest bei Premiere geht das, aber bestimmt auch bei anderen Programmen, kann ich dann die Multikamera aktivieren. Hier ist sie schon aktiviert. Jetzt wird hier angezeigt Kamera 1. Ich kann auch Kamera 2 anzeigen. Und muss dann hier dieses Fenster anschauen. So, jetzt habe ich hier auf Multikamera geklickt. Nun sehe ich in meinem Vorschaubild die eine Kamera, die zweite Kamera und das Bild, wo wir gerade dran sind. Und wenn ich das Ganze jetzt schneide, dann klicke ich hier auf Aufnahme, beginne auf der Totalen. Jetzt gucke ich nicht in die Kamera. An der Stelle, jetzt kann ich einfach hier hin klicken. Gut, da gehe ich aus dem Bild nochmal raus. Also beginnt es wahrscheinlich an einer anderen Stelle. Jetzt komme ich dann nochmal rein. Und nun klicke ich dort drauf und kann so quasi, während ich mir das Video anschaue, den Schnitt machen. Und wenn ich jetzt auf Stopp gehe, dann sieht man hier in der Zeitleiste unten, dass hier jetzt ganz viele Schnitte eingebaut sind. Es wird eine Tonspur verwendet, nämlich die mit dem Hauptton. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man sofort, da ist jetzt der Schnitt. Beziehungsweise ich mache es einmal in Groß. Dann sieht man, wie es beginnt. Und mit ganz, ganz wenigen Schnitten und ganz wenigen Schritten habe ich sozusagen ganz, ganz schnell meine Multikameraspur aufgebaut und kann mit Videoschnitten arbeiten, ohne großartig irgendwas hin und her schnipseln zu müssen. Und fertig ist das Ganze.